jo meine freunde was geht ab herzlich willkommen bei den xap bros ja leute es ist soweit pokal henkel pokal ist am start ist jetzt angekommen die medaillen sind auch schon am start ja louis hier trading duel von xap deutschland platz eins kriegt auf jeden fall diesen pokal und wie man diesen pokal gewinnen kann darüber sprechen wir abgesehen davon sprechen wir natürlich auch über xap news louis es geht weiter jetzt kurz vorm halbweg könnte sich die sag ich mal die geschichte wiederholen von damals das mit fast über 900 prozent müssen natürlich schauen ob die vergangenheit in die zukunft produzierbar ist schauen wir uns auf jeden fall an ja und tranglo verwendet xap für alle zahlungen dies und vieles mehr in diesem video ich würde einfach mal sagen leute um zwei und vor allem ja auch diesen pokal hier zu unterstützen abonnieren wir alle diese quote abonnieren wir alle diesen kanal drücken auf gefällt mir in diesem sinne rein in die olga gib uns ein like und folge der community denn wir berichten täglich über ripple xap wir sind nicht nur zwei soldaten in einem schützen graben die xap army hat ihre wolle durchgeladen so einen pokal möchte ich auch wohl haben daraus trinkst du bestimmt so ein geiler sekt oder so wird auf jeden fall schmecken und wie kann man den pokal gewinnen und nicht nur den pokal wir haben noch weitere unglaubliche gewinne ja bei unseren trading-duell und was ganz kurios ist wir haben unglaublich viele anmeldungen über unseren link ich weiß nicht ob die meistens nicht verstanden haben aber hier haben wir die möglichkeit sich bei dem trading-duell anzumelden und dann auch die gewinne zu bekommen und wie geht das ihnen an luis unter dem video von uns sind auf jeden fall zwei links ein link ist für die anmeldung da müsst ihr euch anmelden da kriegt ihr nochmal bonus sag ich mal ihr zahlt 50 dollar ein kriegt ihr nochmal 50 dollar geschenkt abgesehen davon hier zweiter code sozusagen der zweite link wenn ihr darauf drückt kommt ihr auf jeden fall hier zum gewinnspiel müsst ihr einfach teilnehmen machen und ihr seid mit dabei so einfach ist das anmelden fertig ist die sache ganz einfach wie ich sie dann gesagt hat das exklusive xap deutschland trading-duell wie gesagt der pokal und nicht nur der pokal hier haben wir die veranstaltungsinformationen und zehn gewinner luis wir haben sozusagen zehn gewinner und nur sechs machen mit oder was also ganz kurios also glückwünsche an jeden jeder hat gewonnen oder und es sind noch fünf tage also gar nicht mehr so viele möglichkeiten da jetzt weiter zu machen wenn man interessiert ist zu traden kann ich nur empfehlen sich generell mal videos anzuschauen wie könnt oder könnt ihr mal in den kommentaren schreiben ob euch das interessiert ob ihr ein video dazu wollt zum thema rsi und macd also zum scalpen ja ganz ganz einfache möglichkeit ist es daytrading zu nutzen mit ja zwei indikatoren natürlich ist hier nichts sicher und wenn man keine ahnung hat und sich nicht vernünftig informiert sollte man da die finger von lassen aber hier schaut euch das mal selber an und das kann ich natürlich wenn ihr daytraded empfehlen ja louis tranglo wir wissen ganz genau asien liebt tranglo in asien läuft viel sag ich mal mit tranglo und xap wird bei tranglo sag ich mal eine große nummer sein und ist schon eine große nummer ja tranglo wird in zukunft xap als brückenwährung nutzen sagen sie selber offiziell schon hier nochmal die news ripple partner tranglo verwendet xap für alle bezahlung was kommt als nächstes für den xap preis und wir wissen dass mehrere tausend banken mit tranglo zusammenarbeiten tranglo technologie in zukunft nutzen wollen und ja wie gesagt damit auch xap als brückenwährung nutzen wollen in einer kürzlich veröffentlichten enthüllung hob chat steingrabe eine bemerkenswerte persönlichkeit innerhalb der xap community die einführung von xap für echtzeit transaktion durch die zahlungslösung von ripple hervor und dieser strategische schritt von tranglo zielt darauf ab grenzüberschreitende zahlungen zu revolutionieren indem der on demand equity dienst also odl jetzt ripple payments von ripple genutzt wird aber der odl dienst verwendet xap als brückenwährung hier haben wir nochmal die hundertprozentige bestätigung dass tranglo wirklich auf xap nutzt der bezahlvorgang von tranglo besteht laut steingrabe aus einem akribischen fünfstufigen verfahren zunächst beantragen überweisungslizenznehmer eine vorfinanzierung in großen mengen über ripple net bei tranglo anschließend wird der angeforderte betrag in xap aus der digitalen geldbörse von ripple abgehoben ja anschließend wird xap auf die exchange konto von tranglo in fiat währung umgetauscht und danach wird das wallet des lizenznehmers entsprechend für die überweisungsauszahlung gutgeschrieben was darin gipfelt dass ripple eine rechnung zur zahlung ausstellt ja und es gab mehrere erfolgreiche piloteinsätze zum beispiel auch im september 2021 und zum beispiel auch mit der einführung damals schon im märz 2022 und während der pilotphase in der innerhalb der ersten 100 tage 250.000 transaktionen gesamtwert von 48 millionen us-dollar abgewickelt wurden wurde die effizienz skalierbarkeit und der lösung von ripple offensichtlich unter beweis gestellt und gezeigt dass das system wirklich auch mit anwendung funktioniert auf stresstest sag ich mal tranglo sagt selber dass die riesen anstieg schon haben nur dadurch dass die xap sozusagen verwendet haben ja und darüber hinaus verarbeiten kleine und mittlere unternehmen im jahr 2022 erstaunlich in 970 millionen us dollar über die odl von ripple und dies entspricht einem bemerkenswerten anstieg von 1729 prozent gegenüber den vorherigen niveau darüber hinaus unterstreicht der anstieg die wachsende akzeptanz von ripple und xap und leute das sind testphasen lasst mal wirklich die adoption richtig kommen dann wissen wir dass das alles ein angebot und nachfrage ding ist und den preis extrem nach oben schießen wird kennt ihr einen oder anderen der selber eine tranglo bank besitzt und vielleicht könnten wir da mal so ein interview machen ne luis also eine coole sache wenn wir mal hier wieder mal im ausland sind könnten wir vielleicht mal ein interview machen und ja tranglo xap ripple geil finde ich super ja und dann gehen wir auf die news ein xap am rande eines verrückten preisanstiegs wenn der john bollinger hier recht hat und er behauptet dass wir ja die vergangenheit sehr krass auf die zukunft projizieren können ich würde sagen wir schauen uns mal an was er hier behauptet und was passiert wenn wirklich die vergangenheit auf die zukunft projiziert wird ja luis wir haben dazu einen viel besseren sag ich mal artikel und hier steht es noch mal 942 prozent haben wir damals gemacht wird sich die geschichte sag ich mal wiederholen ist natürlich die frage jetzt hier würde ich sagen schauen wir uns die performance von xap nach der halbierung 2020 und die zukunftsaussichten an und damals während der preis von bitcoin höhen und tiefen erlebte erlebte das auch ja xap und das nach der halbierung und wenn wir gesehen haben wir erwähnen es ja immer wieder dass wir davon ausgehen dass nach der halbierung wir auch erstmal eine durchstrecke sehen werden jetzt gerade haben wir natürlich auch eine natürlich andere gründe haben wir in den letzten videos auch noch mal ja sind wir darauf eingegangen brauchen wir jetzt nicht noch mal drüber sprechen aber generell nach dem halbieren dass wir ein paar wochen paar monate erst mal eine kleine durchstrecke sehen bis es dann losgeht und auch damals xap als spätstarter genau ganz ganz wichtig durch die decke schießt wo alle coins schon nach oben gegangen sind alle schon ordentlich gewinne gemacht haben und xap damals dann mit einem gewinn von über 307 prozent ja durch die decke geschossen ist also von 0,3 dollar cent auf 0,786 wenn man sich das genau anschaut vom mai 2020 sag ich mal bis im jahr 2021 hat xap 942 prozent gemacht damals okay da war im letzten halbweg obwohl die ganze sache war ihr wisst ganz genau was alles passiert ist dann sind wir runter gegangen aber sagen wir mal die sache ist jetzt mit der sec vorbei wir haben jetzt wir kriegen immer mehr anwendung wir kriegen jetzt wirklich wenn man genau hinschaut louis die testphase bei vielen unternehmen bei sag ich mal viele institute ist schon vorbei mit xap und es gibt schon langsam eine anwendung wenn das mit sec vorbei ist das könnte unser halbweg werden von xap gern auch als spätstarter aber dann geht es richtig ab der punkt ist unglaublich wichtig sinan wenn das ding mit der sec vorbei ist weil nur dann werden wir meiner meinung nach auch das all time high knacken natürlich werden wir auch ohne das große preisanstiege sehen aber ich denke das all time high wird nur geknackt werden wenn wir auch die sec klage beenden werden ja und hier haben wir eine unglaublich interessante nachricht nochmal um auf den automated market maker einzugehen und was das langfristig wirklich für uns und für ja den xap preis bedeuten kann und hier haben wir gesperrte xap in xap ledger amm pools überschreiten 2.100.000 da sich ein xap angebotsschock abzeichnet also ein positiver angebotsschock was unglaublich interessant ist sehen wir natürlich auch bei bitcoin halving aber jetzt hier auf xap gesehen wenn coins ja durch den amm pools einmal gelockt werden ist es natürlich definitiv sehr sehr gut für uns und für den preis von xap schauen wir uns die news mal hier genau an ja und wir wissen alle der amm hatte einen relativ holprigen start aber langfristig ist es unglaublich interessant sehen wir hier in der jüngsten veröffentlichung die bestätigung der xap ledger dun validator dass diese zahlen nun vier tage nach der änderung der marke von 2,1 millionen überschritten hat und zum zeitpunkt der auflegung sei das netzwerk genau 2,1 21 475 xap die in amm pools gesperrt waren also eine beträchtliche menge und jetzt schon und das direkt am anfang ziehen ja louis sprechen wir mal darüber wir haben ja bei unserem zweitkanal zina louis crypto darüber gesprochen gehabt und anscheinend ich habe es gemerkt der eine oder andere hat großen interesse an die milchschüte milchbeck ist am start und wir wollten hier auch mal kurz über milchbeck sprechen weil der eine oder andere hat interesse und vor allem du als sage ich mal milchliebhaber du und olga du sorgst ja gerne jetzt geht es los weiß ich doch nicht ich sag hast du mir doch gesagt du liebst milch oder nicht ja ja definitiv aber jetzt hier nochmal vom wirklich unseren lieblingsprojekt mit use case gehen wir hier zu meme coins ohne use case mit natürlich großen hype potenzial ja ein meme coin auf der solana blockchain was interessant ist und wir haben es wie gesagt auch in den kommentaren immer wieder gelesen ähm was auf jeden fall auch für ein großes hype potenzial sorgt ich würde sagen wir schauen uns erstmal die seite hier an eine frische und cremige note für solana louis ja das ist definitiv der fall lass mal über auf jeden fall über diese zahlen sprechen ne finde ich auf jeden fall interessant ja und mit einem supply von 979 millionen einer burn rate 2,07% also 20 millionen tradable 3,71% und eine komplette market cap von 916 äh millionen äh 916 millionen sag ich schon 916.000 dollar dauern sie unter einem millionen du bist noch ne noch ganz ganz klein äh dieser freundchen hier noch keine millionen in diesem projekt drin also haben wir wirklich möglichkeiten und was ich sehr interessant finde wir sehen immer diese kleinen pre-sale und äh meme coins die sag ich mal auf pre-sale setzen und hier sagen sie extra keine steuern kein vorverkaufsbullshit also sie setzen ja auf keinen pre-sale ähm was ich auch nochmal interessant finde ne ich finde die voll süß ne also ich finde die milchstüte richtig süß dann haben wir hier auch nämlich keine tokenomics sondern haben wir hier die milkonomics äh die auch ganz ganz wichtig sind Sinan ähm ja und mit einem angebot von 1 milliarde token ähm ja die liquidität die verbrannt wird also auch deflationär hier am start kein vorverkauf äh die entwickler haben 5% und aktuell über 1700 halter jetzt schon ich würde sagen wir gucken uns auch nochmal einmal kurz die twitter seite an die ich auch interessant finde und hier sehen wir schon die 2707 Follower und äh mitglied seit März 2024 also auch hier ähm ja schon viele mitglieder die am start sind ich denke das hat auf jeden fall ein lieben high potenzial was da jetzt daraus gemacht wird liegt meiner meinung nach auch stark ans marketing wie viel das team jetzt ins marketing rein pusht äh hier haben wir nochmal hintergrund ja ich habe wir haben diesen artikel noch gefunden der anscheinend gestern gepostet wurde luis ja milk bag pionierprojekt auf solana bereitet sich auf explosionsartigen wachstum vor haben wir hier im artikel stehen also hier auch nochmal für die leute die sich dafür interessieren können wir den artikel gerne mit reinpacken hier noch ein weiterer artikel vom medium ja luis ne vielleicht demnächst äh können wir hier ein bild von olga entdecken die sag ich mal ihre milch so runterschlürft oder du bei olga oder so ich weiß nicht aber bist du denn mehr der kakao trinker oder sag ich mal pure milch trinker da wollt ihr nochmal gesagt haben da zähle ich auf jeden fall auf die milch du wir werden natürlich den kollegen hier milch bag auch unter dieses video verlinke und beobachten diese sache auch für euch natürlich ja dann würde ich einfach mal sagen leute ne das war es auch schon gewesen und für alle die uns unterstützen wollen ne ihr dürft gerne kostenlos übrigens diesen kanal abonnieren ihr dürft kostenlos auf gefällt mir drücken und ihr dürft vor allem kostenlos hier beim trading duel von xap deutschland teilnehmen einfach nur auf link drücken ohne kyc könnt ihr euch anmelden mitmachen viel spaß und hoffentlich viele gewinnen ne ja und schreibt in den kommentaren was ihr zu den ganzen news hier sagt ihr kennt das spiel youtube ist algorithmus gesteuert und damit unterstützt ihr uns wirklich sehr genau wär doch du ein teil unserer instagram telegram tiktok seite in diesem sinne like den kanal und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden im kryptosektor sind wir alle sendler oder kunden der kryptosektor hat genug benzin in seinem tank sinan luis beo doppelt setz sagt von herzen dank und herzen dank und herzen dank